Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem schönen Walde. Fideralala, 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 Fideralala. Dieses Fideralala. Es ist irgendwie ekel, mich das auszusprechen. Und dann kann ich aber nicht aufhören, das zu sagen. Die Österreicher machen einfach die besten Weißweine und tolle Filme auch. Harnicke zum Beispiel, Seidel, wenn ich sowas hinkriegen könnte. Hättest du mich eigentlich auch geheiratet, wenn ich eine Tätowierung hätte? Wenn es eine Stelle wäre, wo man es nicht sieht. Was für eine Stelle sollen das sein? Zum Beispiel zwischen den Pobacken. Dein Freund ist echt krass eklig. Warum fährst du eigentlich hier im Bus mit uns Asus? Hey! Sag mal, ist alles gut? Hast du dir wehgetan? Sick dich! Ich glaube, dass es in Deutschland keinerlei Vorbilder gibt. Keine Comicfiguren, wie zum Beispiel Mickey Maus. Etwas, mit dem sich alle identifizieren. Fix und Foxy sind doch deutsch. Jetzt kommt wieder die Maschine. Ja? Na, ihr Spasmus. Ready for the KZ-Besuch? Ich hasse Deutschland. Moment, so, ich fixiert. Ich bin ich fixiert. Ja, du bist ich. Du sagst schon mal ich. Zweimal ich in einem Satz. Merkst du das eigentlich? Und das Austreten nicht vergessen. Das Austreten. Mein Gott, ist die deutsche Sprache schön. Aber mit Liebe als mein Geist, ich fahr über die Zeit. Lügen Sie an Gott, Claude? Ich wünsch das Gäbein. Ich muss an etwas glauben. Es kann nicht sein, dass wir in einem sinnlosen, toten Universum so vor uns hin leben. Auf einen Baum ein Kuckuck. Simsalabim, bamba, saladoosaladim. Simsalabim, bamba, saladoosaladim. Das ist wirklich. Man kann nicht aufhören, das zu sagen. Simsalabim, bamba, saladoosaladim. Untertitelung des ZDF für funk, 2017